Applaus 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 Wie bin ich zunächst gekommen? Das kann ich so kurz erzählen. Es war ein folgender Maaschen. Es hat ja schon mit der Geburt angefangen. Ja, ich sehe, es war sehr. Ich war ja Spadgeburt gewesen. Schon wieder Spad gewesen. Schon fünf von zwölf Jahren. Kurz vor Mitternacht. Dann würde ich das Leben nehmen. Und die Tochter dachte ich, sie müsse mal schauen. Und sie sagte so. Das wird heute nichts. Ja. Und das habe ich mit dir gehört. Und im Rennen habe ich immer noch im Nacken gehabt. Jetzt kommt zuerst einmal nichts. Oder? Ja. Ja, und wie bin ich gekommen? Ich bin auf dem Arsch von uns. Ja. So kann die Wärme gespielen. Und so kann die Wärme gespielen. Und so schnell bin ich gekommen. Sehr schnell. Aber ich habe immer Zeit zu kehren. Ja, und wie bin ich gekommen? Das wäre ganz schlimm. Und ich war ja kein Blauer. Ja, weisst du, auch selber schnüfft ja nicht, oder? Ja. Ja. Also, 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 so was von blau g'si, gell? Ja. Stell dir mal vor, wie sie wohl die Gelbe sind. Ja. Ja. also, die Mama hat was solid akzeptiert, gell? Also, sie zuvor gefragt, WUT?! Was ist das? Ich fotsche in der Welt, ja! Der Papa noch so, nein, 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 Naja. Ja, und du bin ich nix, und der Bruder eigentlich alt. Ja, und, sa, dann waren sie überhaupt alles und nix. Ja, und die Eri Schottbüder haben wir ganz am Bett zu beden. Ja, und die Pfäder raufgegangen, gell? Ja. Ja, 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 ja. Es ist auch so schön, dass ich da mit der Eimer wieder gerne in der Auslade lente.